Ja, Benjamin Neukum, zuerst einmal auf das Spiel her. Ich glaube, das Mitteldrittel hat euch ein bisschen das Knick gebrochen mit diesen zwei schnellen Gegen-Goals. Nachher konnten ihr lange in Überzahl auch spielen, aber es wollte einfach nicht rein. Ja, äh... Ja, wir sind irgendwie ein bisschen... Ich weiss nicht, was los war. Das vierte Goal war ein bisschen glücklich. Aber ja, wie in den letzten paar Spielen, wir hatten eigentlich die Chance genügend, um diese Goals zu machen. Wir haben es nicht gemacht und ja, es ist bitter heute verloren. Es sind ein bisschen Ladehemmungen in diesem Team eben. Das ist die vierte Niederlage in Serie, das Goalschiessen klappt nicht so gut. Kommt da die Nervosität gerade ein bisschen zum dümmsten Moment momentan? Nervös glaube ich nicht. Ich denke, wir haben immer noch eine super Stimmung. Ja, wir haben die letzten drei Spiele gut gespielt, heute nicht ganz so gut gewesen. Aber nein, nervös sind wir nicht. Ja, wir müssen das heute vergessen und morgen ist wieder eine neue Chance. Das Rechnen geht natürlich weiter. Machen wir es jetzt morgen? Das ist eine neue Chance. Wir geben uns das Beste, ja. Wir haben einen Geburipts, ja. ja.